24 Jahre existierte Fanworld in Überswalde und Umgebung. Doch nun ist Schluss. Am 30. September ist die Schlüsselübergabe. Wir sprachen mit Inhaber Holm-Grambauer zu den Gründen und welche Schnäppchen auf die Kunden nun warten. Vorneweg, laut eigenen Angaben, ist es kein Notverkauf. Doch die Ware soll und muss den Shop in der Rathauspassage Überswalde verlassen. Deshalb der Räumungsverkauf, bei dem die Kundinnen und Kunden noch einmal ein richtiges Schnäppchen machen können. Ja, also wir müssen unser ganzes Lager noch verräumen. Da ist noch Winterware drin, also Schalen, Mütze, Handschuh. Komplette Weihnachtsdeko ist noch im Lager, werden wir noch verkaufen. Und dann haben wir noch ein bisschen Osterware, ein bisschen Halloween haben wir hier schon ein bisschen dekoriert. Ja, bis der Lager leer ist und bis der Laden leer ist. Es geht wirklich alles durch die Bank, sei es der Kugelstrahl oder Schlüsselanhänger, Schmuck, alles. Wir machen jetzt erstmal einen Ausverkauf mit 50 Prozent. Wir haben nachher irgendwann nur noch Preise von 1, 2, 3, 4, 5 Euro. Wir holen unsere ganze Winterware, Weihnachtsware noch aus dem Lager. Und ich denke mal, ab 2. Septemberwoche unsere Preise drastisch nochmal senken. Also nicht nur die Hälfte, sondern drastisch. Für viele Kunden kommt die Schließung überraschend. Doch warum schließt man so eine beliebte Lagenkette? Ich habe keine Lust mehr, sagen wir mal, nicht aufs Verkaufen, weil das macht mir immer noch Spaß. Mir macht das Einkaufen auch sehr viel Spaß. Aber das Ganze drumherum ist nicht mehr meins. Für mich ist das aber nicht abrupt, sondern für mich ist das mehr geplant. Also vor anderthalb Jahren habe ich den Vertrag schon gekündigt. Sicherlich werden nachher auch ein paar Tränen fließen irgendwo, wenn wir den Laden abschließen, wenn wir den Schlüssel übergeben. Schauen wir mal. Aber wie geht es weiter? Leerstand soll es laut Grambauer allerdings nicht geben. Ich bin ein ganz normaler Angestellter, arbeite auch nicht weit weg von zu Hause. Heißt, ich muss keine 42 Kilometer mehr herfahren und wieder zurückfahren. Ich freue mich auch drauf. Dass ich einfach mal sonntags frei habe und dass ich viel ruhiger lebe, als wenn ich jetzt hier im Laden stehe oder Abrechnungen machen muss oder rundherum, der ganze Quatsch. Hier gibt es einen Nachmieter, ja. Es wird wahrscheinlich Obst und Gemüse werden. Der möchte sich gerne vergrößern, möchte noch ein paar andere Sachen mit reinnehmen und dann, ja. Am Ende geht mit der Auflesung von Fanworld in der Rathauspassage auch ein Stück Tradition verloren. Viele Generationen kauften hier Schabernack, lustige Geschenke und andere kleine Dinge, die es sonst nirgends gab. Ob die bestehenden Geschäfte diese Lücke füllen können und werden, das wird sich schlussendlich zeigen und hängt natürlich auch von den Kaufinteressen der Eberswalder Bürgerinnen und Bürger ab.